Wie geht's euch Leute? Mein Name läuft Danny. Tschüss. Willkommen zu Super Hexagon. Ein Spiel, was noch schwerer sein soll als The Impossible Game, was eigentlich gar nicht geht. Also ist dieses Spiel quasi nicht schaffbar. Auf jeden Fall wurde es mir von vielen von euch empfohlen und ja, deswegen werde ich es jetzt spielen und viel Spaß damit. So, also man kann zwischen Hexagon, Hexagoner und Hexagonist entscheiden. Wir fangen erstmal mit dem Leichten an, mit Hexagon. Okay, los geht's. Alter, die Musik ist geil. So eine Robotermusik. Ah, ja, guter Anfang. Super guter Anfang. Okay, alles wird gut. Danny, ist nur der Anfang. Nicht so schlimm. Jeder stört mal am Anfang. Ist nicht so schlimm. Du wirst schon nicht davon sterben. Konzentriert, ich konzentriert, ich konzentriert, ich verdammte Scheiß konzentriert. Oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das knapp. Alter, alter Schwede, alter Schwede. Oh shit. Okay, nochmal. 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 Oh, ich will ein bisschen weiter kommen. Oh mein Gott, in diesem Spiel regt man sich noch mehr auf als bei The Impossible Game. Nur, dass die Musik ein bisschen roboter, mäßiger ist. Oh mein Gott. Mann, alter, hier regt man sich voll auf, alter, weil man ganz genau weiß, dass man diesen Fehler nicht gemacht hat. Jetzt nochmal. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich weiß nicht, wie ich es packen soll. Game over. Lass mich doch alle einfach mal in Ruhe. Dieses Spiel. Game over. Muss ich immer sagen, dass ich game over bin. Ich weiß es auch schon von selber. Du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich game over bin. Game over. Alles wird gut, wenn du nur an dich glaubst. Ich komme nicht mal ein... Game over. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, oh mein, oh mein Gott. Dieses Spiel. Game over. Nein, so knapp, so verdammt knapp, Alter. Ich mag die Musik, Alter. Beste Musik ever, jetzt ohne Scheiß. Oh, ja, 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 konzentriere dich bitte, nicht sterben, nicht sterben. Oh mein Gott, ich lebe, was, oh mein Gott. Dieses Spiel ist behindert. Okay, bitte, schaffe dieses asiatische... Schaffe bitte dieses asiatische Spiel, verdammte Scheiße, ich will es unbedingt hinbekommen. Verdammte Scheiße, glaubt er mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das einfachste ist von dem gesamten Spiel. Ich weiß nicht, was ihr... Ja, super gut geklappt. Tete, 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 ich hab einen Stahl, ich meine keine Ahnung, was ich laber. Mann, das klappt ja ziemlich gut. Game over. Ich frage mich, ob die Musik bei den anderen... Shit! ...geht mir so auf die Nerven, denn... ...ich will doch einfach nur dieses Spiel hier spielen in Ruhe, ohne dass... Game over. Oh mein Gott, ich liebe die, die Spiel jetzt schon. Ja. Ich werde mich mit diesem Spiel nicht anfreunden. Ich kann voll gut dazu tanzen, halt, Diskomusik, würde ich schon sagen. Game over. Oder auch nicht. Gefällt euch das, wie ich tanze? Gefällt euch das? Natürlich gefällt euch das. Game over. Verdammte Scheiße, Danny, konzentrier dich, Konzentration. Game over. Tete, 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 oh mein Gott. Ich sterbe immer an derselben Stelle, verdammte Scheiße, heiße Brei. Keine Ahnung, was ich da labere. Ich suche verzweifelt. Verzweifelt suche ich paar Reime. Ich glaube nicht. Äh, oh mein Gott. Hm, 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 hm. Ich mag heiße Miffs, ich meine heiße Tees. Ähm, ja, ganz genau. Ich kann es schaffen, packen, oh mein Gott. Dieses Spiel raubt mir die Nerven. Ich hab kein Bock mehr. Game over. Oh mein Gott, und immer wieder fängt dasselbe hier an. Ich kann nicht mehr. Holt mich hier raus, ich bin ein Star. Lass mich... Game over. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Bitte, ich will nur frei sein. Ich hab kein Bock mehr auf. Den ist verdammte Scheiße. Ich bin in diesem Spiel drin und... Game over. Hm, hm, hm. Das ist ne richtig geile Robotarmusik. Musik, was reibt sich... Game over. Ich weiß, ihr lacht mich gerade aus, weil ihr euch denkt, Alter, wie kann er dieses Spiel nicht mehr... Oh mein Gott, ist das schwer. Ist das schwer. Ach, ich bin schon Level 2? Nächstes Level bei 20 Sekunden. Okay. Nicht schlecht, Alter. Bei Impossible Game hat es mich zwei Jahre gedauert, bis ich Level 2 gekommen bin. 20 Sekunden müssen wir durchhalten, dann können wir Level 3. Alles klar. Wir haben Level 1 also schon geschafft. Wir spielen das Einfachste hier. Oh mein Gott, ich hab so ein Glück manchmal, ne? Das ist natürlich alles Skill. Das ist alles Skill. Ich kann es euch beweisen. Oh, wenn ihr mir vielleicht nicht glauben mögt, aber ist doch auch vollkommen egal. Natürlich nicht. Again, 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 again. Wie sie das immer sagt, als würde sie gerne irgendwas... Ich muss doch nur 20 Sekunden aushalten. Bitte lass mich das aushalten. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann einfach... Oh mein Gott. Papa, ich liebe es, wenn diese Stelle kommt. Mal sehen, ob sich die Musik noch verändern wird. Dieses Spiel könnt ihr euch bei Steam holen für bisschen Geld. Game over. Ich weiß nicht, wieso ich dafür Werbung mache, wenn ich hier ultra hart verkacke, vernasche, auf esse, keine Ahnung. Oh mein Gott, diese Stelle, die schaffe ich niemals in meinem Leben. Alter, ich hab 60 Sekunden schon durchgehalten. Alter, gar nicht so schlecht. Ich hab 60 Sekunden schon durchgehalten. Jetzt nur noch bis 20 Sekunden. Dann sind wir Level 3. Kann ich mich gut fühlen? Komm schon, Danny. Du riechst nicht immer den falschen Weg. Ich muss mir ernsthaft hier alles fair. Daran die Scheiße merken, damit ich hier weiterkomme. Sonst mach ich immer dieselben Fehler. Wieso guckt mich immer in die Kamera? Wenn ich sterbe, als könntet ihr mir jetzt weiterhelfen könnt ihr, aber nicht. Auch wenn ihr es so sehr wollt. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt nur das eine. Ich kenn euch doch nicht. Ich heiße Angela und bin eine Hässlige. Keine Ahnung, was ich labere. Ich will niemanden beleidigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das waren erst 13 Sekunden. Das waren erst 13 Sekunden. Wie soll ich denn 7 Sekunden noch überleben? Oh mein Gott. Wie zum Teufel soll ich 7 Sekunden noch überleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht. Die Frage ist nicht, was ich weiß. Sondern was ich nicht weiß. Oh mein Gott. Dieses Spiel, das ist behindert. Ich merke, wenn ich nicht rede, bin ich definitiv erfolgreicher. Scheiße. Scheiß aufs Reden. Reden ist eh überbewertet. Oh mein Gott. Game over. Again, 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 again. Ich mach dich gleich auch. Again, 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 again. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte schaffe dieses Spiel und gib nicht auf. Oh mein Gott. Ist das immer knapp, Alter. Ich bin so nah dran. Ich bin doch so nah dran. Bitte lass mich dieses Spiel endlich beenden. Denn ich hab nicht mehr so viel Recordingzeit. Muss ich es selber üben. Fünf Versuche sind jetzt die letzten Versuche. Weil ich sonst zu lange aufnehme und dieses Spiel so krank ist. Game over. Vier Versuche. Vier Versuche. Ist vollkommen egal. Ich hab grad gegessen. Mein Bauch ist voll. Interessiert euch nicht? Juckt mich nicht. Ich reime mich auf mich. Ihr ruft niemanden. Niemanden juckt es. Denn ich werde das jetzt... Game over. Drei Versuche. Bäm, 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 bäm. Späisch. Das ist irgendwie die Zukunft des Dub Steps oder was? Nein. Game over. Zwei Versuche. Nur noch zwei Versuche. Oder kann ich etwa nicht zählen? Zwei oder drei Versuche. Ich weiß es wirklich nicht. Aber verzeiht mir bitte. Ich will doch nur dieses Spiel hier beenden. Ganz erfolgreich. Erfolge ich ohne, dass ihr mich... Game over. Was? 17 Sekunden. Na wenigstens neuer Rekord. Nicht schlecht, Alter. 17 Sekunden. Game over. Ein letzter Versuch. Versprochen jetzt. Aber wirklich glaubt an mich. Ihr könnt... Game over. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie Hexagon es aussieht. Soll er das härteste sein? Game over. Für heute war's das für mich. Ich bedanke mich fürs Zuhörenschauen. Wenn's euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann klick doch einfach den Daumen nach oben Button. Denn damit unterstützt du mich mehr, als du nur denkst. Und vergesst mir nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder etwas zu bepassen. Und schreib mir in die Kommentare, was findest du schwerer? Impossible Game oder Hexagon? Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.